Hallo und willkommen zurück bei Bloody Bloody im Deck-Käfer-One. Wir haben aufgehauen in der Pizarren-Höhle. Ja, die geht jetzt weiter mit Turbo-Speed und Yeah. Wollen wir mal hier einen Doppelkampf machen. Wir haben jetzt einen Jan Mega, das ist voll cool. Jetzt wird es hier auch kämpfen. Genoso und Krakelo, okay. Du machst einmal Ultraschall gegen das Ding und du machst Zaunklinge. So ungefähr, oh Sonntag. Okay, jetzt macht die Aula. Nochmal, dasselbe Spiel. Das ist weg. Sehr schön. Okay, wir machen so weiter. Das funktioniert ganz gut. Ultraschall, Zaunklinge, ja, nächste Runde ist weg. Jetzt ist es weg. Oh, da kommt noch was. Gibi Tag, von mir aus. Antike, Kraft, sonst hauenklinge weiter. Und tschüss. Wir machen Tausch. So ungefähr. Dann war ein Supertrank. Das ist jetzt nicht so. Na komm, ich hab in der Schule, in dieser Höhle mach ich jetzt noch so ein Cherox. Das sehe ich jetzt durch, Leute. Dann habe ich ein super Team und dann kann mir ja alles egal sein. Hier gibt es jetzt noch eine schöne Trainingsmöglichkeit in dieser Höhle. Die werde ich nutzen. Ja, das werde ich. Und ja. Ach komm, genau, Schutz wollte ich nochmal benutzen. Dann geht es weiter. Oh, yeah. Mit voller Kanne. Genau, hier brettern wir durch. Das ist ein Suchter. Aha. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, ist toll. So. So. Da ist noch ein Topik. Oh Gott, ich glaube, ich muss hier lang. Gehen wir mal hier lang. Und dann geht es. Ja, genau. Lasst uns einfach hier kämpfen und dann ist gut. Ein Pidelfass und ein Vulpix. Okay, Flügelschlag und Antike Kraft. Antike Kraft ist cool. Die sieht die Menge ab. 35, 40 Euro. Flügelschlag. Ja, Hippertan ist okay. Und Schweibers. Flügelschlag und Antike Kraft mal wieder. Oh, shit. So ungefähr. Hippertan, das war jetzt böse. Wir schmeißen mal Papinella rein. Flügelschlag. Und Megasauger. Okay, es geht schon down. Geradax, Flügelschlag, Megasauger. Wir haben einen Schlitzer. Und dann eine Rückkehr, falls es nicht treffen sollte. Dann machen wir jetzt Rückkehr, dann gehst du down. Sehr schön. Okay, der Weg war falsch. Das war ganz toll. Naja, dann kann ich jetzt mal hier runter, wenn ich mich nicht irre. Hm, okay. Ich müsste bald da sein. Glaube ich mal einfach. Ja, hier, glaube ich gleich. Oh Gott, Schutz, das ist schon wieder nicht mehr. Da ist sie. Okay. Ich wollte Pokémon fangen und habe mich veröhrt. Ich habe Angst. Bitte, bitte bring mich zum Ausgang. Okay, wir begleiten das kleine Mädchen. Ja, es ist ein Pokémon bei Gesundheit. Halten, das finde ich, ist es am besten. Und ja, jetzt kann man hier schön trainieren. Schutz wirklich mehr. Das ist okay. Wer weiß, hier kann es mit Pokémon blitzen und hier noch einen Doppelkampf machen. Okay. Aerodactyl und Camulat. Oh shit. Okay, wir haben hier einen Apollo. Was uns jetzt helfen wird, das ist super. Das ist toll. Und ja, wir machen erstmal das schwache Camulat fertig. Oh, Knudsch. Oh, Apollo hat sich gleich verabschiedet. Das ist nicht gut. Labitar. Oh shit. Zonklinger. Oh Gott, Steinhaber. Das war jetzt voll mies. Oh shit. Das sieht hier irgendwie schlecht aus. Im Moment. Smetbo. Schlafbruder. Oh nein, nicht Antickel. Kratz überlebt. Okay, 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 okay. Schlafbruder, okay. Labitar ist auf Ausdruck sein. Das ist ein langes Problem. Papine, ja, komm. Mega Sauger. Komm. Ja, das Ding hat mal beseitigt. Oh, noch ein Kindwurm. Okay, ich hoffe, das macht nicht so viel Stress. Ja, genau, hier weiter. Mega Sauger. Oh Gott. Okay, gegen Kindwurm vielleicht mal. Das ist schon ein bisschen besser. Oh shit. Oh shit, oh. Shit. Holy shit. Warum geärodaktiert antike Kraft? Der Kombo ist richtig böse. Oh Gott. Wer wird nur noch Pampiro? Oh nein. Habe ich denn? Äh, ich brauche keinen Bedehwold oder so was in der Art. Doch, ich habe zwei Bedehwold, die will ich jetzt ja vielleicht benutzen. Drei, vier. Ja, mega mal ein. Superdrank. Ich hoffe einfach mal, dass es gut überlebt. Gut knirrt, ja nur. Ja, nur ist gut, wa? Superdrank. Oh Gott. Energie sinkt eher. Ja, das ist jetzt ganz toll. Das war ganz toll. Oh Gott. Mann, ich bin angepisst. Man wartet nur, bis ich einen Cherox habe. Dann seid ihr alle hier so was von tot. Ja, vielleicht wird doch ein, wäre es doch besser, wenn ich das Garabond noch mit reinnehme. Was soll ich rausmachen, Leute? Ich weiß es echt nicht. Ihr könnt mir ja Vorschläge in Kommentare schreiben. Ich weiß es echt nicht. Und Skunk-Tank gibt es hier auch. Ist ja ganz toll. Fliegeljock. Nochmal. Ja, Toxin. Scheiß. Ich bin jetzt fast ein Level ab. Oh nein. Vatikal. Fliegeljock. Torboga, ja. Das ist richtig. Fliegeljock. Vatikal. Fliegeljock. Volltreffer besiegt. Super-Tank. Oh Mann. Das darf doch hier nicht wahr sein. Jetzt. Den ganzen Weg nochmal. Ah, ich bin so genervt. Schutzt, kann man nochmal aufsetzen. Mann. So. Oh Gott. Ja, ich bin genervt. Oh, sowas von genervt. Oh Mann, das gibt es gar nicht. Dass ich gar nicht vorstelle, wie sehr ich genervt bin. Sowas von genervt. Genau deshalb. Und ja. Hm. Und hier. Zumindest kann ich den Weg jetzt auswendig. Ein eigenes Vorteil. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, ganz toll. So, so muss ein Pokémon von mir. Das nicht abkriegen wird. Das Training oder das Hinweise. Naja, das vielleicht hier nachholen. Mit Epitale und ja. So, nochmal. Nex-Trick-Ips-Hero. Ja, machen wir erstmal Sneeple fertig. Oh, Eis-Sturm. Fliegelschlag. Oh, Fokusstoß kann Apollo. Wie cool. Gefällt mir. Fliegelschlag. Fokusstoß. Ja, besiegt. Sehr schön. Neuer Versuch. Mal sehen, wie das hier jetzt klappt. Geotaktiv ist ein deutliches Problem. Nehmen wir einen Zaunklinge. Ja, Knätscher und Apollo geht down. Das ist total Bullshit. Ja. Ja, klar. So, schlaf. Bruder. Komm. Gut. Bodycheck. Das ist nicht gut, aber egal. Ja, mega. Komm. Antikel mit die Antikelkraft draufhauen. Ja, das sieht sehr gut. Weg. Er will ab. 34 Drachen. Okay. Das größte Problem ist beseitigt. Ultraschall. 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 Besiegt. Ja, komm. Ultraschall. Okay. Wie kann man Papinella reinkriegen? Damit Megasauge angreifen. Sword besiegt. Genau dafür ist Papinella gut. Da kommt ein Kindwurm. Wir machen Rückkehr. Clute. Okay. Rückkehr. Rückkehr. Gratini. Okay. Rückkehr. Ja, ja, ja. Sam, ja. Komm. Besiegt. Geschafft den Kampf. Der war ja aber auch schwer. Aber egal. Jetzt sind wir hier sicher. Das kann man ja schön trainieren. Wie macht man denn das? Lass mir das hier mal weg. Das Nibel weg machen. Ja. Voll drüber. So war das jetzt. Das war mir jetzt tot. Oh, ja, ja, ja. Klar. Jetzt stehe ich schon wieder allein. Was ist denn der? Mist. Oh, krankes Vieh. Weiß. Oh, Gottes Vieh. Ist gefährlich. Nachtnebel. Aber warum? Ja, ich hätte auch gleich Papine da machen können. Mega Sorge. Aber egal. Vergessen. Egal. Hm. Okay. Drasche machen wir erstmal weg. Fokustus. Ja. Das ist schön. So. 37 für sich so. Doppelteam. Ja. Gegen Klingsturm erstmal. Vielleicht brauche ich es mal. Vielleicht. Daniel und Georock. Ja. Da haben wir einfach mal hier Zornklinge drauf. Ja. Das ist eigentlich Teamarbeit von den beiden. Machen sie sich selbst kaputt. Aber okay. Ja, dieses Georock ist nicht gerade schlau, wie es aussieht. Und mal schön Zornklinge. Und jetzt. Wo gehst du gleich? Jetzt gehst du weg. Okay. Hallo, wir können immer noch besiegen. Oh Gott. Hier, danke. Ja. Okay. Okay. Fliegelschlag. Ach, Fokustus trifft doch nicht so oft leider. So, Schützer besiegt. Und Fokustus. Und Skiddown. Apollo, du bist nice. Mit einem Fokustus. Oh, Masha gut. Was geht? Sowas gibt es hier also auch. Machen wir hier mal Fliegelschlag drauf. Und es überlebt. Das überlebt nicht. Vergeltung. Oh Gott. Jetzt habe ich Angst. Ja, ja. Ist ja egal. Ich muss noch nicht zurückgehen. Ja, okay. Fliegelschlag. Fokustus. Ja, das ist weg. 38. Oh Gott. Ich habe ein paar Cherox. Ist das geil. Hier werde ich eine Weile trainieren, glaube ich. Okay, dann in diesem Kampf hier beende ich den Part. Ach, Fokustus trifft jetzt nicht. Oh ja, Felswaffe. Ja, jetzt, jetzt. In den letzten Sekunden. Das ist so gemein. Ja, Finale. Das ist gut. Oh, ich habe überlebt. Okay, ich beende hier den Part. Wir sehen uns dann später genau hier wieder. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht trainiere ich auch so ein bisschen. Keine Ahnung. Wir sehen uns. Bis dahin.